Was geht ab Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Heute geht es wieder mal um einen Auftrag von der letzten Woche in dieser Season, also von Woche 15. Und diesmal, also in diesem Video geht es um den Auftrag, rekrutiere einen Charakter. Wir schauen uns das alles an und wir sehen uns dann im Game. Und der beste Ort für diesen Auftrag befindet sich hier in der Mitte auf der Insel und zwar genau bei der Butterbude, wo Mancake ist. Denn Mancake ist rekrutierbar. Gibt es überhaupt so ein Wort, Digga? Keine Ahnung, aber hier bei der Butterbude, ich zeige euch mal den Ort auf der Minimap. Das ist ganz genau hier, wie gesagt, unter dem Nullpunkt findet ihr dieses Gebäude. Und dann redet ihr mit Mancake und dann gibt es die Option Mancake rekrutieren für 100 Goldbarren. Dann drückt ihr auf Bestätigen und dann kämpft ihr für euch tatsächlich oder kämpft mit euch gegen andere Gegner. Und ja, also ihr könnt dann ihn nicht mehr eliminieren und das ist meiner Meinung nach der beste Ort für diesen Auftrag. Wie gesagt, ganz unten hier in der Mitte auf der Karte findet ihr Mancake, rekrutiert ihn. Ist auch tatsächlich auch sehr günstig meiner Meinung nach. Also für 100 Goldbarren könnte ich hier einen Charakter rekrutieren. Aber das war es mit dem Auftrag, Freunde. Wir sehen uns im nächsten Video. Viel Spaß, haut rein und ciao.